Praterstern, Schnellbahn, U-Bahn, Bahnhof Wien Nord, Endstation, umsteigen zur Nordbahn, Nordwestbahn, zu den Linien S1, S2, S3, S7, U1, U und L21 sowie zur Linie 80A, bitte alle aufsteigen. Nordbahnstraße, Amt-Tabor, Kurzstreckengrenze, umsteigen zur Linie M, Nordwestbahnstraße, Rauschelstraße, umsteigen zur Linie 5A, Wallensteinplatz, Kurzstreckengrenze, umsteigen zur Linie 33, Kloster Leutlagerstraße, umsteigen zur Linie 31, Friedensbrücke, U-Bahn, umsteigen zur Linie U4, Julius Tanderplatz, Franz Josef Spahnhof, umsteigen zu den Linien S40 und D, Flussdorffstraße, Ende der Kurzstrecke 3, Sanatorium Heerbach, umsteigen zur Linie 37 in Richtung Hohe Warte, zur Linie 38 in Richtung Grinzing und zur Linie 40A. Berlingerstraße, Kurzstreckengrenze, umsteigen zu den Linien 37, 38, 40, 41 und 42. Lanzarettgasse, Allgemeines Krankenhaus, Langegasse, Kurzstreckengrenze, umsteigen zu den Linien 43 und 44. Laudongasse, umsteigen zur Linie 13A in Richtung Südbahnhof, Florianigasse, wir bitten Sie, älteren oder behinderten Fahrgästen sowie Personen mit Kleinkindern die Sitzplätze zu überlassen. Albertgasse, umsteigen zur Linie G in Richtung Karlsplatz, U-Bahn. Blinkengasse, Versicherungsanstalt, öffentlich Bediensteter, umsteigen zur Linie G in Richtung Ottergrenz. Thaliastraße, U-Bahn, Kurzstreckengrenze, umsteigen zu den Linien U 6 und 46. Neustiefstgasse, umsteigen zur Linie 48A in Richtung Baumgartnerhöhe. Burggasse, umsteigen zur Linie 48A in Richtung Dr. Karl Rennerling. Westbahnstraße, umsteigen zur Linie 49. Stollgasse, Stollgasse, Sozialmedizinisches Zentrum, Sophieenspital. Westbahnhof, Schnellbahn, U-Bahn, Endstation, umsteigen zu den Linien S 50, U 3, U 6, 6, 9, 18, 52 und 58. Bitte alle aufsteigen. Heiserstraße, Stollgasse, Sozialmedizinisches Zentrum, Sophieenspital. Westbahnstraße, umsteigen zur Linie 49. Burggasse, umsteigen zur Linie 48A in Richtung Dr. Karl Rennerling. Neustiefstgasse, umsteigen zur Linie 48A in Richtung Baumgartnerhöhe. Kallierstraße, Kallierstraße, U-Bahn, Kurzstrechengrenze, umsteigen zu den Linien U 6 und 46. Blindengasse, Versicherungsanstalt Öffentlich Bediensteter, umsteigen zur Linie je in Richtung Ottokrenk. Albertgasse, Albertgasse, umsteigen zur Linie 15A in Richtung Karlsplatz U-Bahn. Florianikgasse, Florianikgasse, wir bitten Sie älteren oder behinderten Fahrgästen, sowie Personen mit Kleinkindern, die Sitzplätze zu überlassen. Laudongasse, umsteigen zur Linie 13A. Langegasse, Kurzstrechengrenze, umsteigen zu den Linien 43 und 44. Lazaretsgasse, Allgemeines Krankenhaus. Währingerstraße, Kurzstrechengrenze, umsteigen zu den Linien 37, 38, 40, 41 und 42. Nussdorfertsstraße, Sanatorium Hera, umsteigen zur Linie 40A. Julius Tanderplatz, Franz Josefsbahnhof, umsteigen zu den Linien S40 und D. Friedensbrücke U-Bahn, Ende der Kurzstrecke 4, umsteigen zur Linie U4. Losterneuburger Straße, umsteigen zur Linie 31. Wallensteinplatz, Kurzstrechengrenze, umsteigen zur Linie 33. Losterstraße, umsteigen zur Linie 5A. Nordwestbahnstraße, Amt Tabor, Kurzstrechengrenze, umsteigen zur Linie M. Nordbahnstraße, Mühlstedtgasse, Praterstern, Schnellbahn, U-Bahn, Bahnhof Wien Nord, Endstation. Umsteigen zur Nordbahn, Nordwestbahn, zu den Linien S1, S2, S3, S7, U1, U21 sowie zur Linie 80A. Bitte alle aufsteigen. Umsteigen zur Linie 341